Heute erzähle ich dir aus der japanischen Märchenreihe Schicksalsbestimmung und Sadame Hanashi. Vor vielen Jahren gab es einmal irgendwo zwei Anwesen, das reiche Osthaus und das ärmliche Westhaus. In jeder der beiden Familie erblickte ein Kind das Licht der Welt. Im Osthaus war es ein kleiner Bub und bei den Nachbarn auf der Westseite ein kleines Mädchen. Eines Tages stieg der Gott, der drunten im Meer vom Drachenschloss aus über den Ozean und seine Bewohner regiert, hinauf auf das Land. Er begab sich zu einem großen Treibholzstamm, den die Wellen an den Strand geworfen hatten, und sprach, Herr des Treibholzes, ich bin vom Drachenpalast gekommen, um mit dir über das Schicksal der jüngstgeborenen Kinder zu reden. Auch im Treibholz wohnt ein Gott, so wie alle Dinge in der Natur ihre Herren haben. Er trat hervor und die Göttlichen berieten sich. Auf ihren Beschluss hin verwandelte sich der Herrscher des Meeres in eine Katze und suchte das reiche Osthaus auf. Das kleine Tier strich um den Eingang herum und miaute. Es war jedoch überhaupt nicht willkommen. Jemand schrie, was ist denn das für eine Katze? Verschwinde du diebisches Vieh! Und mit Tritten wurde der Besucher weggejagt. Jetzt ging die Katze zum Westhaus. Dort wurde sie freundlich empfangen. Ach, was für ein liebes Tierchen! Hast wohl Hunger, armer kleiner Kerl? Komm, ich geb dir was zu fressen! So verschieden können die Menschen sein. Die Leute vom Haus auf der Westseite hatten selber nicht viel zu essen. Aber sie kümmerten sich liebevoll um den kleinen Gast. Da entschied der Gott vom Drachenschloss, Für die Familie hier beschließe ich ein glückliches Schicksal. Die drüben im Osthaus jedoch sollen in Zukunft in Armut versinken. Niemand wusste, was ein Gott festgesetzt hatte. Die Kinder beider Häuser wurden groß. Und die Leute vom Osthaus hätten gerne gehabt, dass das Mädchen vom Westhaus als ihre Schwiegertochter zu ihnen komme. Es war ein fleißiges, herzensgutes Kind. Und dazu noch von lieblicher Gestalt. Die Eltern der Jungfrau jedoch versuchten, dem Heiratsantrag auszuweichen. Denn sie meinten, Nein, 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 es geht uns ja nun viel besser als früher. Aber warum sie sich ausgerechnet mit uns verbinden wollen, begreifen wir nicht. Es gibt doch Mädchen aus reichem Haus, so wie sie es selber sind. Wir passen irgendwie nicht recht zusammen. Und sie werten jedes Mal die Anträge, die immer häufiger wurden, ab. So verging ein Jahr und noch ein Jahr. Und in dieser Zeit neigte sich das Glück des Osthauses. Sein Besitz zerrann. Nichts mehr wollte den Leuten gelingen. Und endlich waren sie so arm, dass sie oft nicht wussten, woher sie ihre Speise für den nächsten Tag nehmen sollten. Da endlich entschloss sich das Mädchen, die Werbung anzunehmen. Und es heiratete den jungen Mann vom Osthaus. Seine eigene Familie konnte ihm ein stattliches Heiratsgut mitgeben. Das half den Leuten des Bräutigams aus der Not. Beide Familien lebten in Eintracht miteinander und unterstützten sich gegenseitig. Die jungen Leute wurden sehr, sehr glücklich. Diese Geschichte will lehren, dass man zu jedem Lebewesen, Mensch oder Tier, sei es eine Katze, ein kleiner Vogel oder auch ein Mäuschen, immer gut und hilfsbereit sein soll.